Das waren zwei und noch bei einem Schritt müssen wir heute Zerlo fahren. Hier ist eure Rund Nummer 50! Hier ist der König! Hier ist Richard! Hier ist der König! 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 Das war ein Privilegium hier, acht Jahre zu spielen und mit euch diese Zeit auch genießen! Hier ist der König! Deshalb werden wir sehen, aber anderes jetzt so! Nochmals vielen, vielen, vielen Dank! Hier ist der König! Ich hoffe, diese Atmosphäre bleibt in Krefeld und weil ich komme gucken ab und zu! Und weil diese Mannschaft verdient auch diese Fans und diese Fans verdienen diese Mannschaft! Hier ist der König! 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 Das ist so, ja, das ist so, ja. Wir danken Richard Mablikowski für acht Lagerjahre hier in Krefeld. Er hat das Krefelder Eishockey in diesen Jahren geprägt und dazu geholfen, dass es erfolgreich war. Lieber Richard, du wirst in Krefeld unvergessen bleiben. Dein Schlagschuss, dein Charakter, deine Ehrlichkeit, deine Identifikation mit dem Prinz. Du hast mit deiner ganzen Art, deiner Spielweise, aber auch mit deinem Charakter das Krefelder Eishockey mitbestimmt. Wir danken dir von ganzem Herzen und wünschen dir für die Zukunft alles Gute. Wenn du nach Krefeld kommst, du weißt, du hast hier Freude. Und natürlich auch ein präsent des Fanprojektes, auch ein tolles Bild. Scotty, Dujan und Richie. Dujan und Richie. Dujan und Richie.